UEFA Champions League steht auf dem Programm und wir präsentieren ihn ein lecker bisschen zwischen Bayer Leverkusen und Atletico Madrid. Los geht's! Ja, nach einer kurzen Tendenz Richtung Leverkusen jetzt der Angriff Richtung Atletico. Er schwimmt noch am Wappen vorbei. Was hat Wappi im Kopf? Verschwindet kurz aus dem Bild? Jetzt ist er in der Nähe. Legt den Rückwärtsgang ein und entscheidet sich für einen Auswärtssieg von Atletico.